Moin Leute, wir haben mal wieder eine Kugelbahn gebaut und mal wieder einen Ehrengast. Hallo! Wie bei fast jeder Folge von Wir bauen Mobilen. Bahn. Auf jeden Fall, bei fast jeder Folge hatten wir, eigentlich bei jeder Folge hatten wir einen Gast dabei, oder? Ja. Die Hälfte davon war einfach er. Und ich würde sagen, wir schwanken nicht lang rum und starten. Ja, das war die Kugelbahn. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Oder wollen wir sie nochmal machen? Hallo, die Frage geht an der Stelle. Ja, wow. Woher ist denn die Stadt? Wo soll ich das wüssten? Das habe ich mir halt einfach nur so gedacht. Machen wir es jetzt nochmal? Ja. Also wir machen es jetzt einfach nochmal. Oder dann kurz bauen wir es zusammen und wir sehen uns nachher. Also da sind wir jetzt wieder nach einem kurzen Lachfleisch. Also war auf jeden Fall witzig. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach nochmal. Starten, wir machen das jetzt einfach nochmal zusammen und sehen uns dann. Nach leider einer kurzen Unterbrechung mal wieder sind wir jetzt wieder zurück. Warum steht das Licht so kacke? Egal. Auf jeden Fall machen wir es jetzt noch einmal. Ja, genau. Noch einmal. Gefühlt sind 281. Mal. Also hat super geklappt. Wir machen es einfach nochmal. Das ist so dumm. Dann jetzt gefühlt zur dritten Unterbrechung. Das ist sogar die dritte, oder? Ja, das müsste die dritte sein. Also auf jeden Fall dumm. Also machen wir jetzt weiter, ne? Ja. Also versuchen es mal wieder. Ja, jetzt klappt es. Ja, ja, ja. Ich fühle es. Ja, endlich. Danke, dass ihr dieses Video zu Ende geschaut habt. Wahrscheinlich zu Bände geschaut habt. Also lasst ein Like und ein Abo da. Man sieht sich das nächste Mal. Vielleicht tauen wir heute noch eine zweite Folge raus. Wird bestimmt geil. Ciao.